Es waren drei wohlhabende Männer. Papa hatte auch zwei Frauen. Weil die erste ihn wegen eines Dattel-Importeurs verlassen hat. Da hat er doch schon seit zwei Jahren ein Verhältnis mit seiner um 30 Jahre jungen Zugefrau. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Nein, er hatte meine Mutter den Mut, ihr Leben zu ändern, anstatt sich umzubringen. Das Haus in der Schweiz, hat er das eigentlich vermietet? Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Ich grüße dich, ich bin der Memo Fried. Aber wir werden mal auf die Bilder einladen. Also du und ich, wir können das dann mal ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent und du bist... Hi Vincent, ich bin Anna. Oh, Anna. Und sonst so? Oh Mann, oh Mann. Aber es ist nicht schlimm. Ey, weißt du, wenn ich für uns beide denke? Du musst nur mit mir draußen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Ich schubger's! Musik 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 Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Mit... Mit...